Verstanden. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wir haben viel erreicht. Mit einem höheren Titel könnte ich noch mehr erreichen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Sofort. Auf eurem Ziel. Wir werden angegriffen. Okay, zwei gleichzeitig. Ist nicht so gut. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück. Jawohl. Unsere Truppen werden angegriffen. Es gibt kein Zurück. Unsere Truppen werden angegriffen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Verstanden. Schon unterwegs. Einsacken und Abmarsch. Sofort. Ein Außenposten wird angegriffen. Das auch doch wieder. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Vorwärts. Okay, sowieso ist die City wieder sicher. Ihr auch. Kämpft weiter. Auf euren Befehl. Sofort. Jawohl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. So, Handel. Können wir mal ein gutes... Ah, nee, halt. Wir müssen erst... Jetzt müssen wir zwei Badehäuser platzieren. Wobei... Dann können wir auch ein gutes Stück an Holz verkaufen. So, jetzt unsere Stadttore mit Steinfallen sichern. Wenigstens auch bei ein paar der Türme Katapulte errichten. Auf euren Befehl. Sofort. In den Kampf. Verstanden. Vorwärts. Wie ihr wünscht. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Okay, wieder ein kurzer Quick-Save. Wie ihr wünscht. Wir warten, dass das Palisadentor abquallt. Gucken wir doch mal kurz, was da oben los ist. Der rote Prinz versucht, Seradio zu vernichten. Wir könnten eure Hilfe gut gebrauchen. Ja, da kommt der Armee auf Seradio. Jawohl. Verstanden. Auf euren Befehl. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Da geht's aber nicht nach Seradio. Seradio war doch da unten. Ei. Jawohl. Sofort. Sofort. Jawohl. Jawohl. Ich werde angegriffen. Folgt mir. Kämpft für eure gute Sache. Schnappt euch den Karren. Wie ihr wünscht. Schnappt euch den Karren. Ei. Alles klar. Äh, da sind wir ein paar viele Truppen. Verstanden. Wie ihr wünscht. Sofort. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Zum Angriff. Zum Angriff. Angriff. Schon unterwegs. eine militäreinheit wurde geschlagen alles klar unsere truppen werden angegriffen auf euren befehl alles klar so dass wir jetzt mal zurück wir haben genug schaden angerichtet verstanden schon unterwegs wie ihr wünscht nicht aufgeben gut das war ziemlich kampf schon unterwegs aber jetzt sollte eigentlich der weg in das theoretum frei sein und wir können den außenposten dort einäschern oder einnehmen damit haben wir dem roten prinzen dann noch mal ein schnippchen geschlagen an der seite so katapulte sind bereit steintore steintor fallen sind auch bereit badehäuser müssen abgegradet werden belagerungsfabrik ich könnte weitere wege ausbauen ich setze die segel bis zum nächsten mal angriff jawohl auf euren befehl verstanden eine militäreinheit wurde geschlagen ach du meine güte viele bogen schützen wie ihr wünscht auf euren befehl sofort alles klar die kommen alle weil sie das territorium schützen wollen alles klar auf euren befehl jawohl ich muss mich in die burg zurückziehen manchmal ist es echt keine schlechte idee hakim als pfeilfang zu nehmen schon unterwegs es gibt kein zurück schon unterwegs sofort schon unterwegs wie ihr wünscht auf euren befehl dann nehmen wir dem roten prinzen auch gleich das territorium befehl unsere truppen werden angegriffen auf euren befehl das ist natürlich unschön aber wir haben es in sicherheit geschafft schon unterwegs wie ihr wünscht wurde entdeckt verstanden wir haben ein territorium eingenommen alles klar alles klar so gab es hier oben irgendwas interessantes in dem territorium eigentlich nicht nur wild schon unterwegs schon unterwegs ein karren wurde ausgesandt ein karren wurde ausgesandt so bauen wir mal erst kirche und lagerhaus maximal aus wobei ich sollte eigentlich wirklich die burg ausbauen werden sie das territorium jetzt zurückerobern oder schicken sie einfach nur truppen hin schicken wohl nur truppen hin schon unterwegs und ja mal wieder zu quicksave zwischen machen das ja gerade wirklich ok läuft auf euren befehl alles klar und ja der rote prinz holt halt immer wieder reserve truppen so fahrt so die steilmetze da unten haben zu tun zu dem jäger hier könnte ich die straße mal ausbauen das kleine stück vom fischer kann ich ausbauen das stück kann ich ausbauen das brauche ich nicht aber das hier kann ich ausbauen mal weil das meiste hier eh irgendwie Feldweg ist so hier errichten wir dann doch mal eine kuhfahrt mit einer weide ach ja das ist unschön schon unterwegs so wie viel mehr truppen jede menge truppen mehr wie ihr wünscht schon unterwegs eine eisenmine wird bald erschöpft sein sofort also ja alles klar kommt nicht drum herum diesen sektor einzunehmen ein alles alles Vielen Dank.